Biomatik oder von Blumen und Bienen. Der Klimawandel existiert. Und es schreitet sogar immer schneller, schneller voran. Immer schneller, schneller? Je mehr sich die Erde erwärmt durch z.B. Braunkohleverstromung oder sinnlose übermäßige Plastikproduktion, desto mehr Eis schmilzt, wodurch der Albedo-Effekt gebremst wird. Dadurch aber wird immer mehr Wärme von der Erdoberfläche absorbiert, wodurch sich die Erderwärmung erhöht. Also immer schneller, schneller. Durch die Erderwärmung werden nicht nur Inseln in der Südsee überflutet, sondern verlagert sich auch unsere Vegetation in Richtung Norden, sodass sich immer mehr Arten der Flora und Fauna ausbreiten. Neben den Bienen gibt es bereits hier in Thüringen Hornissen. Und bald noch gefährlichere Arten. Eigentlich aber war ich verwundert durch den Fliegenalarm in meiner Küche. Denn diese Obstfliegen wurden quasi von einem Tag auf den anderen mehr. Und immer mehr mehr. Also unfassbar viele. Nachdem wir also mit dem Rodungsstopp im Hambacher Wald an diesem Wochenende den ersten Schritt gemacht haben zur hoffnungsvollen, voraussichtlichen Rettung unseres Klimas, muss sich der Mensch aber auch um die primären und sekundären Folgen des Klimawandels Gedanken machen. Um die Blumen und um die Bienen also. Die Flora und Fauna. Biomatik? Was ist denn das? Ein erster Ansatz, die Gesetze der Lebewesen und unserer Natur mathematisch zu begreifen und beschreiben zu können. Biologie und Mathematik also. Biomatik. Zum Einstieg ein einfaches Beispiel. Oder ist es doch komplexer als geahnt? Bienen bauen oder konstruieren Wabenstrukturen. Aber wie machen diese fleißigen Insekten dies? Sehen diese Waben nicht wunderschön aus? So gleichförmig und so sechseckig? Merkwürdigerweise sind diese Waben aber auch nur so groß wie eine Biene. Aha. Erstes Rätsel gelöst. Kleiner Spaß. Es geht natürlich um das Zustandekommen der sechseckigen Form. Wieso passen diese Sechsecke so wunderbar und platzsparend nebeneinander? Eine geniale Struktur der Mathematik. Legen wir zum Beispiel Baumstämme nebeneinander und stapeln diese zudem in mehreren Reihen, dann erkennt man, dass sich die platzsparendste Form durch das Anordnen der Baumstämme jeweils in den nächsthöheren Zwischenräumen ergibt. Ist doch logisch, oder? Wenn man die sich daraus ergebenden Wände nun aber als Linien zeichnet, dann erkennt man, dass eine sechseckige Wabenstruktur entsteht, genauso wie bei den Bienenwaben. Woher wussten diese fleißigen Insekten, dass die genialste mathematische Struktur zum Stapeln von kleinen Röhren derart gleichförmige und wunderschöne Waben ergeben? Sehr eindrucksvoll also, was die Natur alles kann, wie die Natur funktioniert. Immerhin sind Biene Tiere, also vom Instinkt gesteuert. Klar, dreidimensional kann man daraus ein Tetraeder konstruieren, aber Bienennester sind ja eh plan oder eben. Und nur in den wenigsten Fällen gefährlich. Weiter, weiter geht es aber mit dem exponentiellen Wachstum, welches ein Problem darstellt. Denn meiner Meinung nach ist der Mensch lediglich fähig, lineares Wachstum fassen und begreifen zu können. Also wenn zum Beispiel der Staub in der Wohnung jeden Tag um ein Gramm wächst, dann muss man nach einer Woche etwa sieben Gramm Staub aufsaugen, klar. Bei Lebewesen aber entwickelt sich das Wachstum exponentiell, sodass die produzierten Stoffe, also Muschelschalen und Blumenblätter oder auch Zellen, ebenfalls wieder in der Lage sind, neue Stoffe oder Zellen zu produzieren. Dadurch findet nach einer zweiten Phase der Verfestigung oder Ruhe wiederum eine neue Phase der Verdopplung statt, wodurch sich die vorherige Menge wiederum zu der Gesamtmenge addiert. Die Gesamtmenge beträgt zum Beispiel 8. Dann addiert sich darauf die vorherige Menge, welche in der Lage ist, neue Stoffe zu produzieren, also 5. In der Summe ergibt dies 13. Nun haben wir bereits drei sogenannte Fibonacci-Zahlen, welche die Fibonacci-Folge ergeben, kennengelernt. Aus dieser ergibt sich wiederum der goldene Schnitt, durch Division 2 aber nachbarter Zahlen. Aber das ist dann noch gar nichts im Vergleich zu dem exponentiellen Wachstum von Zellen oder Stoffen, die keine Ruhephase benötigen, sondern sofort wieder in der Lage sind, neue Mengen zu produzieren, wie man anhand der neuen Barrikaden und Baumhäuser im heißgeliebten Hambi-Hambacher Forst gestern gesehen hat. Wie auch immer, es wird schon nicht so schlimm sein, denn Baumhäuser sind doch gar nicht in der Lage, sich zu vervielfältigen. Also tritt lediglich ein lineares Wachstum auf. Bei exponentiellen Prozessen aber ändert sich die Menge proportional zum vorhandenen Wert. Aufgepasst! Je mehr vorhanden ist, desto mehr entsteht. Na? Habe ich da einige Gartenfreunde ertappt, die wieder mal vergessen haben, Unkraut zu jüten? Kleiner Spaß. Bei meinen Obstfliegen war dies allerdings kein Spaß. Denn hätte ich sofort alle Fliegen freundlicherweise zum Fenster hinaus gebeten, dann hätte ich heute in Ruhe mein Frühstück genießen können. Obstfliegen sind aber auch verdammt schnell. Genauso wie die Auflösung dieser Differentialgleichung nach der Funktion y von x. Einfach umstellen und 1 durch y integrieren. Aus dem Logarithmus von y ergibt sich die Umkehrfunktion e hoch x. Unsere Exponentialfunktion. Aber was wächst nun schneller, schneller? Bei welchem Wachstum ergibt sich immer mehr, mehr? Klar, das wollt ihr natürlich wissen. Aber keine Sorge. Es handelt sich bei beiden Prozessen um exponentielle Anstiege oder Vervielfältigungen. Wobei man allerdings die Eulersche Zahl mit e gleich 2,718 berechnet hat, während sich die Basis, also der jeweilige Faktor bei der Fibonacci-Folge, zu 1 durch g ergibt. Und somit etwa 1,6 nur beträgt. Genau dies war doch die Definition des goldenen Schnitts, der sich durch das Verhältnis zweier benachbarte Fibonacci-Zahlen ergibt. Stimmt's? Und der Kehrwert ist nun mal entsprechend 8 durch 5. Also etwa 1,6. Wer genauere Werte berechnet hat, schreibt dies bitte in die Kommentare. Nein, bitte nicht! Keine irrationalen Zahlen, die sind nämlich endlos. Oder handelt es sich doch um rationale Zahlen als Quotient zweier ganzer Zahlen? Mal überlegen. Nun erkennt man jedenfalls auch mathematisch und sogar grafisch, dass die exponentielle Funktion schneller, schneller wächst, als die sogenannte natürliche Funktion des natürlichen Wachstums. Also keine Sorge vor Muscheln oder Blumen, aber Obacht vor den Folgen des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf unsere Flora und Fauna. und dessen Auswirkungen auf unsere Flora und Fauna. Vielen Dank.